so da sind wir dabei unsere finale fast finale schlacht hoffen wir mal wenn wir die verlieren haben wir verloren insgesamt das spiel sehr schön ich meine ich hab's natürlich gespeichert und wir können natürlich noch ein paar probieren aber heidi witz kam also worum geht's wir müssen mit unserer armee gegen die hochelfenarmee antreten die haben ein bisschen verstärkung sie haben keine schlechte einheiten sie haben sogar ein paar phoenix dabei sogar ein mond drache und ein stern drache bisschen artillerie da kommt keine artillerie dazu ok dann haben sie für die phoenix gerade ich glaube die besten nahkauf einheiten von denen schwertmeister von hot auch nicht so schlecht die sega die geht so bisschen cavallery zwei stück ok und dann sind zeit ganz wie diese drachen drei herrführer tyrion den namen versuche ich da nicht auszusprechen und elror und als verstärkung hat noch täglich habe ich selbst gespielt ok nochmal ungefähr die gleichen einheiten du das haben wir wir kriegen noch unterstützung von den skarven ja da kann ich mich ganz so aus ich glaube es sind alles sonst einhalten und noch von den ex menschen aber ihr seht selbst so viel ist es nicht also wir müssen schon mit unserer armee schaffen gut ich würde sagen gehen rein die Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Du machst was, ne? Du hast was gemacht. Du hast, ne? Eine Hydra haut schon ab. Das ist sehr schlecht. Ich muss, ne? Was, ne? Ja, der ballert. Ich muss, ne? 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 Nein, 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 nein. Ja, mein Herr, mein Herr, mein Herr ist tot. Er ist auch, ne? Meine Bodenschütz, ne? Ich muss, 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 ne? da drauf gehen, ne? Ich muss, ne? Ich muss, ne? Was, ne? Ich muss, ne? ne? Ich muss, ne? ne? Ich muss, ne? Ich muss, ne? ne? Ich muss, ne? Ich muss, ne? gar kein Problem. Die kommen nämlich jetzt hier nach oben. Ich muss halt wieder mit meinem Bodenschützen arbeiten. Ansonsten habe ich gar keine Chance. Ihr könnt euch erst mal da aufgehen. Eh, da drauf, wisst ihr was? Jetzt wird es hier halt ein bisschen heikel. Ne, ich muss hier weg. Ich bin mal da drauf, weil die sind noch nicht gebrochen. Noch haben wir ein paar Bodenschützen. Ah, ich mache hier ein bisschen schneller. Ah, die sind nicht weggekommen. Warum denn nicht? Ach, man haut doch mal Alpha ab. Die hauen nämlich auch ab. Die Hüterin, die da drauf. Genau. Und meine Bodenschützen, es müssen meine Bodenschützen regeln. Ich sag's, wie es ist. Ich gehe jetzt erst mal auf die Adler klauen. So, ich hab's jetzt weit nur draus gelottet. Jetzt muss das klappen. Die beiden hauen ab. Ich gehe jetzt alles auf. Was ist denn? Ist immer noch... Ne, ist Eldor. Und das ist der nächste. Okay, jetzt gehen wir hier rein mit den Hüterinnen. Jetzt gehen wir hier rein mit den Hüterinnen. Du hast auf jeden Fall die Attacken da drauf. Du hast noch zwei Attacken. Das ist sehr, sehr gut. Du hast noch alle. Du wirst am Anfang gleich gefickt. Kann das sein. Nein. So, zack, da drauf. Wo bist du? Du musst näher ran, Juni. Du musst näher ran, Juni. Ja. Hast du ihn umgebracht? Ja, Mann, easy. Gar kein Problem. War nicht mal knapp. Scheiße, Bruder, Alter. Das war schlecht gekämpft. Das war richtig schlecht gekämpft. What the fuck, ey. Du, da, wir haben es gewonnen. Wir haben es gewonnen. Ne, die will hoffentlich nicht sprechen. Das war wirklich strange. magazines, die Khan-Ar†st. Sachen und die Haute-Sie. Schat um auf. Und dieñ голen periode. Das war auch gar nicht. Ar Tempel, Deine wir haben eine Einsch serviceautre. Sie haben müssen. Denn das erg ihr über gehst. Wir haben hier im gestionsten Geraden. haben rechts, wir haben euch apprendre einen Vielen Dank. 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 Vielen Dank.